Wie heißt ich? Wie heißt ich? Du musst mir gar nichts erzählen, du kleine Mensch! Zehn Arten von Assis Die Gaffer Geht's so gut? Nein, mein Fuß! Nein, mein Fuß ist gebrochen! Sollen wir den Krankenwagen rufen? Ja! Scheiße! Könnt ihr gerade mal rufen? Sieht nicht gut aus, oder? Sieht nicht gut aus, oder? Nee! Boah, die hat das so viel getan! Hör an, Alter! Boah, Alter! So ein Abfahrt! So ein Abfahrt! Mach ich mir doch schnell ein Selfie machen, Alter! So ein Abfahrt! Die Lausbuben! Und wer schenkst du deinen Kindern zu Weihnachten? Du, ich weiß doch nicht! Die wollen irgendwie so viel aus dem Lochi-Shop haben! Ja, dann geht das gar nicht! So ein Unterrevier! Ich fick euch, ihr kleinen Huchen zu! Ey, ihr Bastard! Ihr Eichlöcher! Wir werden euch zerstören! Das Unterrevier! Guck mal meine Tetris an! Wir sind viel krasser als ihr! Und eine kurze Frage! Dürft ihr überhaupt noch draußen sein zu der Uhrzeit? Soll ich mal eure Mama anrufen? Nein! Nicht Mama! Nein! Nicht Mama! Nein! Nein! Bitte! Meine Playstation wird aus dem Fenster geschmissen! Weißt du was? Lass die Kinder einfach spielen! Wo wollen wir gehen? Komm, wir gucken noch eine Folge Sponsor, oder? Das Ritz-Kid! Was ist für eine Scheiße hier, Alter! Was ist eine Bruchbude, Alter! Hier, ess mal in Wasser! Weißt du, wie Scheiße das schmeckt? Hier! Nimm deine Brühe wieder zurück, Alter! Wenn ich will, dann kauf mal den ganzen Bums hier einfach, ja! Wissen nicht, was das für eine Marke ist hier Louis Vuitton, Alter! Er kostet so viel wie dein komplettes Leben! Und wer bezahlt das jetzt? Die Ghetto-Chicks! Oh, Kuss, ey! Guck mal! Ey, Bruder, guck mal! Der Jan hat mir geschrieben! Ich hatte mit dem schon was vor drei Jahren! Da warst du ja doch Sieger! Ja, der war so schön! Oh, mein Gott! Da warst du doch voll jung und so! Oh, ja, voll eng! Was dir? Lass das Feuer gehen! Oh! Oh, ich hab dir! Bruder, was machst du denn da? Mann! Mann! Ich kann mich doch so nicht in der Schule bicken lassen! Hä? Was ist Schule? Warum schreitst du mich denn jetzt an? Ey! Fass mich an, du Hure! Ich kann mir gar nichts erzählen, du kleine Mensch! Oh! Der Aggressive! Entschuldigung, der Herr! Könnten Sie mir vielleicht die Uhrzeit sagen? Wie hast du meine Mutter genannt, Mann? Wie hast du meine Mutter genannt, hä? Wie hast du meine Mutter genannt, hä? Wie hast du meine Mutter genannt, hä? Guck mal hier hin, Mann! Weißt du, wer ich bin? Ob du weißt, wer ich bin, hab ich gefragt, Mann! Wie? Ich hab mir die Hose genannt, Mann! Wie ist das denn? Du weißt, wer ich mit der Piste, hä? Ich versteh, Mann! Ich hab mir die Hose angegeben! Merk dir den Namen, Mann! Joe Jiggy Jackson aus Köln, Post 5-1! Wie heißt ich? Joe Jiggy Jackson aus Köln. Wie heißt ich? Ja, merk dir den Namen! Ja, ja. Hau ab jetzt! Hau ab, Mann! Pass auf, wenn du das nächste Mal noch ne Uhrzeit fragst, ja? Die ekelhafte Chantal, kauf mir mal bitte ein Päckchen Kippen Chantal, Essen ist fertig, komm Lecker Essen ist fertig, das kommt nochmal her Das ist lecker, ich hab mir Mühe gegeben, Mann Mann Der Superstar Okay, das macht dann 25,99 bitte Ey, weißt du überhaupt wer ich bin? Weißt du wie bekannt ich bin? Ich zahl mit meinem verdammten Dasein, ja? Denkst du nur, weil du ein bisschen bekannt bist, kannst du dir machen, was du willst oder was? Nee, bleib hier, du musst bezahlen Hallo? Bleib mal stehen, du musst bezahlen Denkst du nur, weil du es darfst, kannst du dir machen, was du willst oder was? Hey, hey! Die Zombies Und der Jungs 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017